servus leute wie ihr seht hinter mir wird gerade unser trailer umgeparkt er wird gerichtet für das anstehende wochenende an der stelle mal wieder vielen dank an firma schmolk für den grandiosen service den wir genießen dürfen und ja wochenende scheiniges los wir freuen uns drauf das wetter spielt auch mit wir haben ein schönes wochenende bis bald ciao